Natur, Leben und Beobachten, die Bio-Verfügbarkeit im Körper als Nadelöhr. Wir sind Natur pur, denn das Crystal Water kommt tief aus der Erde. Die Kristalle, Mineralien und Edelsteine sind Millionen Jahre alt und die Pflanzen existieren, solange es Leben auf der Erde gibt. Unverfälscht und veredelt bringen wir diese wohlbringenden Elemente zu den Menschen in einer völlig neuartigen Darreichungsform. Wir erreichen eine noch nie dagewesene Bio-Verfügbarkeit.